Das nächste Mal trägst du unseren Einkauf. Hey Sarah, schon was Neues? Leider ja. Der Tennisball den Rex gefunden hat, war vom Salzwasser so aufgeweicht, dass er forensisch nichts hergibt. Das ist blöd. Wenn Jesses Theorie stimmt, muss Devin in der Nähe von Soldiers Cove tauchen gegangen sein. Und dann sollte sein Auto auch irgendwo dort stehen. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Okay, Partner, riech mal dran. Such. Was ist der Kumpel? Gut, Partner. Detective Hudson, ist das Ihr Auto? Stopp, Polizei! Rex, los! Welchen Teil von Stopp-Polizei haben Sie nicht verstanden? Was hatten Sie am Auto vor?